Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Data Vision. Diesmal ist der Yoshi dabei, der ist zwar Level 30, aber er supportet uns nur. Nope. Also er gibt uns nur Helf und langweilt sich, während wir uns da herumballern. Highruns, ja. Und der Dr. Unicorn ist wieder dabei, wir sind wieder auf dem selben Level. Hier geht es darum, dem Rekers den Kopf abzuhacken. Es gibt niemanden in Leray Barrett. Und jetzt, glaube ich, müssten wir den Impfstoff sogar machen. Oh ja, Rekers 25! Pass auf! Global! Sehr Ihnen dankbar, wenn Sie Sie retten, bevor Sie da alles hochgehen lassen. Auf geht's, Ronald! Holen Sie sie zuerst raus, aber den ersten Sie nicht die Mission. Wir sind hinter Ihnen. Der Ausbruch ist zu Ende. Ach, komm schon. Oh. Jemand kriegt eine Nade ab. Oh, das bin ich. Einer geht, das EMT hat getroffen und bracht Unterstützung. Wir leben wieder von hier, du Schnitzel. Achso. Da rechts ist einer. Der hat euch niedergeballert, glaube ich. Ich ballert dir keiner nieder. Guck, wie ich das jetzt mache. Ich laufe jetzt rüber und gebe Ihnen so die Schelle. Verschwinde! Hey, ich dir eigentlich noch mal! Ja, komm ja! Rump, Rump, Rump! Rump! Wir haben noch andere dabei. Dage empez. Von alle daunter. Trinko ein! Ich hatt nicht gedacht, dass ich das schaffa Die haben noch andere dabei. dass sie versteckt wird hier unten hier unten hier unten wo bist wir unten unten ganz unten im keller unten sagen wo es bekomme ich schon ganz nett werden wir sind treu beteiligt damit ist die größte das war ich mir schnell anschauen wollen die miene die ist schlechter die zahlt sich nicht mal ein bisschen aus was habe ich dann sind dann ein seliges in kommst du stoff die ist auch schlechter nicht vergessen drüben ist auch noch eine wo ist noch ein und er hätte ich auch bei der Treppe ach so ab die könnte sogar besser sein es gibt im Juli was ich wollte dass sie auch ohne mich losgegangen seit der Zeit der Schilder ich war wo es ja schon um ihr Schilder und nicht so fort Jungs ein hoher Schild wo ist er noch eine sogar so und zwei Uhr zwei Haufen und vielleicht ein bisschen vorgehen ein besser gemacht da wie hat mich der ok jetzt ist Das ist viel explodiert. Sorry! Auf geht's, Chris, Killer! Komm und ich! Chris, 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 Chris! Was? Ich hör dich gar nicht. Ich muss mein Geschütz auch auf was anderes spezialisieren. Da kann man meine Fähigkeiten noch supporten. Tango down. Tango down. Ihr Fixer? Was? Asjo, ihr Fixer. Oh 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 oh.. Warum wachst es mich so zu entnehmen? Ich darf nun meinen Mann. Oh nee, oh nee. Ich bin so weit vorne. Shotgun-Mensch! sind alle irgendwie böse menschen bitteschön danke sehr der flank ist real ihr wisst schon dass ihr habt die meisten spezielle gegner haben auch spezial schwächen sprich da stehen die kanal also je nachdem wie viel rüstung die noch besitzt könnte die granaten ja das ist mir schon aufgefallen bei den granaten richtig das gibt es auch bei den meisten großen die gegnern der ausnahme von scharfschützen und sie sind ein lebenswerter wer ich habe einen schaden bekommen würde wie die anderen ich habe da drinnen jetzt gar nichts bekommen hat keiner was gebrochen ich brauche nicht zu kommen ich habe ganz schön was gekreist wird zu werden prinzip ausgewürfelt hat Diablo halt das auch zu werden dann und in dem video blut ist genauso wenn man mit schluss erster ist nur die aufgemacht und es ist eigentlich recht schön ich gehe mal gleich durchspielen guck mal er wollte die gitarre spielen und das auch nicht aber warte warte müssen sie jetzt also herstellen jetzt ist der schwein spiel um ja 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 ist doch ein guter deal ich weiß nicht wovon sie sprechen kampf und das war schlecht ein junges haupte gut gespielt das haben wir dringend mit veranstaltet derjenige der am längsten noch da sind er wird nicht getötet wenn denn das ist in der stimmung da ist das hätte ich hier ich würde sagen dass sie das stimmen ich höre stimme noch höre stimmen mann hat sie bereit ich auch ich das war es mir wert glaub mir wenn mich jemand hinlassen würde dann könnte ich auch jo er ist es geschafft ich bin stolz auf euch ja 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 wo sei dir das auch meine waffe ist er er gibt mir einfach mal wir haben ganz schöne reichweite Oh, was? Danke, danke, Joachim. Okay, ich muss Achtung weg da, Jungs, weg da, weg da. Weck da, weg da. Alles für Noobs. Du musst das, glaube ich, zugeben. Das scheint, wenn die Gegner wohl etwas stärker als für gewöhnlich. Ja, weil du dabei bist. Ah, schnippa! Wäre ich euch mitten in die Mission reingeschmissen, also beigetreten hat, werden wir wahrscheinlich wie viel das Level sitzt. Ja, dafür bekommen wir mehr EP. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen mitten. Da rechts ist der Scharfschütze. Ich kümmer mich in den Scharfschütze. Ich kümmer mich in den Scharfschütze. Nee, mach mich schon. Ja, ich wollte dich. Okay, oder so. Ich kümmer mich in den Scharfschütze. Glück dich. Biss mir voll! Eieieiei. Hier geht einiges drunter und drüber, ne? Oh, ja. Oh, Sau! Komm, bleib stehen! Ich rück jetzt vor. Halloaa! Ohpala, er sieht mich! Was ist denn? Woher? Alles gerade war. Wir haben mit seinen Füßen in der Tippe. Warum ins Maske? Hier ist noch eine Wachenküsse. natürlich aber 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 ich lasse mal für euch außer natürlich doch bestehen dass ich den wegschießt hat er meine drohne macht das meine drohne macht das ja ich hab draufgeballert meine drohne wir sind jetzt durch rainbow six auf drohnen gegründet vielen dank ich dachte ich muss sterben die haben mir übel mitgespielt der rechten ihre leute sind wohl nur das heißt es hat sich geschlagen warte an jetzt los ich gerade freundlich aber wir haben sehr schön sehr schön haben ein leiterhaus drauf hier haben wir es ich bin bei der die wirchen ich bin verletzt aber ich habe schon in der Position der Kombination Pussy. Negativ. Ne, ne, ne. Suchen Sie sich ein Licht von Ordnung, einer. Ich fühle mich nur aus. Das ist ein Bezieltoffen. Ja, Sir. Ja, Sir. Wartung. Feinde nähern sich ihrer Position. Ja, ja. Du bist so ein Lügner. Wo ist denn der Drohne? Wo ist denn der Drohne? Sie folgen mir! Da kommt der Big-Papa. Wo kommt der Big-Papa? Wo kommt der Big-Papa? Ich glaube, der sieht der nach. Ja, 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 das Big-Papa. Ich bin cool, Jungs. Ich bin cool. Oh, ne, ich bin noch nicht so cool. Ich zuerstürze. Das ist mein Fahrt. Ähm, okay. Weg! Wir sind weg! Juhu! Das ist zu gingen, ne? Okay, Drohne ist raus. Wahey! Schönes Ding! Der ist geschockt! Wahey! Jo! Halls! 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 er guckte die lege ich gerade klein jetzt gibt es einen aus alter hat nicht mal was getroppt okay macht das ist ein scharfschluss wieder ich bin ein scharfschlusser ich bin ein scharfschlusser ich hab das von Ramos gehört Captain schön dass es geklappt hat vielen dank dafür wir nehmen es ja noch in der Box sein bei der Bar meins wir haben auch schon geholt ach nie die hab ich mir doch nicht doch hab ich schon geholt ja hab ich schon ja jetzt ist die von vorher lieber diese kleine Drohne die verfolgt einen die ganze Zeit kommt mit einem mit wie so ein kleines Haustier voll süß so wie es Bibi 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 nein wirklich meine heißt Rolli meine hast Franz hast oder heißt heiß komm Franz wir gehen jetzt spazieren wir gehen jetzt spazieren Olli Jungs zweiter Richtung komm Franz Wolli dann nehm ich bei mir versteckte Rolli dann nehm ich meine Gutron mit komm komm Franz jetzt mit der Gutron hat dann viel besser nicht 106 die Schilder sind unsicher okay o 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 Was zum Verblößt das? Meine Neue heißt Scoop. Deine Neue? Wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, dann... Wenn man vom Teufel spricht... Max ist tot, I repeat. Siehst du mal, siehst du mal, was das macht? Der Fähigkeit, hm? Ja. Ihr gibt allen mehr Leben, als die überhaupt haben können, so in dem Sinne. Ja, bei T, oder? Deine T-Fähigkeit. Bei T. Ja, die hab ich jetzt auch. Ja, die sind ja praktisch. Mal alles markieren. Ja, so wie gesagt, ne? Für die Hilfe brauchst du... Oh, läuft noch alles richtig gut hier. Wir sind television, wir brauchen keine Luft. Oh, hinter mir! Du Sau! Oh, oh, hab ich gerade gemerkt, du? Verschwinde! Los, Rolli! Kommt mal gut rum, hau raus! Rolli ist meiner! Oh, ich sag ja... Aber wenn der ist gut rum, dann ist... Oh, oh, oh! Mama! Ja, ich komm nicht rum. Der brüllt ja echt wie ein Spieß. Ähm, revive, please. Ähm, 15 Sekunden left. Ähm, 15 Sekunden left. Ähm, 15 Sekunden left. Ähm, 15 Sekunden left. Ja, es dauert halt ein bisschen länger. Ja, ich bin tot. Was ist tot? 10 Sekunden left. Alles gut. Seven, six, five, four, three, two, one. Nein, nicht respawn, warte, komm. Danke, Jungs, danke, danke, danke. Ich war neben euch. Ich hab dich gerade reviviert. Sehr nett von euch. Sehr nett. Warte mal, warte mal. Du warst aus Deutschland. Ich hab dich gerade reviviert. Ich war gerade dabei. Zwei Sekunden oder eine Sekunde noch. Du bist verkackt. Du willst jetzt Level 30 sein oder was? Du bist sicher A gedrückt. Ich wette das. Ich spiel ja nicht richtig. Ich spiel ja nicht richtig. Das sag ich mal mit Smurf in CSGO, oder? Soll ich das auch sagen? Soll ich jetzt spielen? Nein. Also, war richtig. Ja, Jungs. Das ist ne Tastatur. Hat ne Tastatur, ja? Ich hecke mich rein. Ist das ne Englisch oder ne Deutsch? Mann, guck jetzt nicht. Oh. Mann, ich wollte es sehen. Ich hab nicht gewusst, dass das klappt. Guck mal hier. Guck mal, jetzt flimmert alles. Tja auf. Mann. Jetzt ist halt. Da war grad Big Brother. Genau deswegen haben wir jetzt auch geschossen. Da ist jetzt die Tür da auch offen. Jetzt kommt der Boss, oder? Keine Neustartzone. Der lässt mich wieder verrecken. Ja, Munition. Da hab ich da die ganze Zeit dran. Das ist nicht. Jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt der Boss. Pazii! Okay, Josh. Jetzt musst du weg gehen. Wir sind überfordert mit dieser Situation. so ich will das mal vergleichsam ich will das mal wiederholen Granate Yoshi, brauche ich danke nein, Yoshi darf nicht sterben erst mal ein paar Züge wiederbegeben und danach erst ein Yoshi ich komme Windows 10 ich will nicht updaten Alter guck nicht so blöd ich spreng den Rund auf rechts oben der Sniper wäre schön wenn man den es bleibt doch mal ruhig hier ja, ich will ihn die ganze Zeit killen, aber wenn ich schicke, dann bin ich der Erste los ein Agent in ihrem Team ist vernetzt und auf Hilfe please revive links und der Sniper auf dem Haufen alles nur Zahlen für euch ihr seid so blind so, der Sniper ist down war zwar nicht ich, aber er ist down jetzt kommt der Boss oder wie schafft sie so ich dachte, das machen wir gerade Bosse ach, die sind nötig ich weiß nicht, was ich da auch die sind nötig ich weiß nicht, was ich da ich weiß nicht, was ich da boah, die hat Rüstung, ey geht nur Heavis aus, geht nicht weg Alter ich komme so oft ins Menü auszusehen sie hat Fettnisch gesagt jetzt mach dich geil nein, nicht runterhüpfen jetzt bin ich tot ich bin ganz sicher tot ach ne, ich komme nochmal hoch ok ist ja eh nochmal die Laura sonst, wir haben sie gestunt sie ist almost dead na los, Arschlo mich kannst du umlegen aber nicht für uns alle wir sind ein Fluss kein Fluss und wir assaulten langsam kämpf, mach mal auf dich ja jawollo da haben wir es jetzt ne, da oben sind noch Gegner mach sie mal kaputt, jetzt haben wir mal ein bisschen an ich auch ja, eins bis bald ja, nice ich bin beeindruckt Agent heikler Aufgabe aber sie haben getan, was getan werden musste ja, sie haben in der Syrkrat gebrochen oh, A voll Interessenverfall ich glaube wir sind noch nicht mit denen fertig aber wenigstens können wir diese JTF Leute wieder darauf ansetzen oh ja, meine Leute müssen leben und da draußen für die gute Sache kämpfen wir können uns keine weiteren Verluste leisten ich schulde ihnen was Agent, Spitzenjob ich bin ein Topmodel, ich bin ein Topmodel das wollte ich gerade sagen Mh ihr macht das komplett falsch ihr müsst so gehen your luck Hotscha K Da liegen doch irgendwo Kisten rum, oder? Irgendeine Lootkiste wird wohl da noch herumliegen irgendwo. Dürfte auf jeden Fall. Anscheinend hat jemand eine Motivationsrede von dieser Barret aufgenommen. Ziemlich krasses Material, aber vielleicht trifft es ihn. Ich lade es ihn hoch. Nee, liegt tatsächlich nix mehr rum. Was ist denn das? Okay, jetzt sehe ich es auch nicht mehr. Warten auf mich, meine edlen Kameraden. Und sie laufen weiter. War klar. Mein Name mag dich. Und draußen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.